Ich bin der Florian, ich komme aus Heilbronn, bleib eine Woche hier. Und ich bin jetzt auf den Alpen gewesen und auf der Alm bin es bis jetzt schon zwölf Mal Bull Cards gefallen, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Ja, hallo. Kann man den Finger beißen? Ich geh mal voll, Gumm. Achtung, Krupe! Ich geb mal Vollgumm. Achtung, Krupe! Das ist echt kalt. Das ist echt kalt. Super, Leo. Das ist echt kalt. Das ist echt kalt. Das ist 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 kalt.